Musik Sewing und Reaping Time, Investmentzeit, Saat und Ämte, Opferzeit. Psalm 126, gehen wir zum Psalm 126. Und wir beginnen in einem Moment dort zu lesen. Ich werde in den nächsten Wochen mit euch verschiedene Psalmen durchgehen, wo wir Gottes Willen sehen bezüglich Wohlstand. Denn die Psalmen sind voll, voll von Verheissungen, voll von guten Worten, dass Gott möchte, dass es uns wohl geht. Dass Gott möchte, dass wir finanziell, dass es uns wohl geht. Für viele Menschen ist das ein Thema, das anfänglich für sie irgendwie nicht in dieses Konzept von Gott und der Bibel hineinpasst. Ich sage dir eins, du wirst erstaunt sein, wie viel man sieht in der Bibel über dieses Thema. Denn was uns wichtig ist, ist auch ihm wichtig. Und deswegen sehen wir es in der Bibel. Gott möchte, dass wir ein solides Fundament haben, auf einem soliden Fundament stehen, wenn es um dieses Thema geht, Wohlstand. Denn Gott ist ein Gott des Wohlstands. Denn Gott ist ein Wohltäter. Er ist der Wohltätigste von allen. Keine Stiftung kann Gott jemals sozusagen im Geben, in der Wohltat ausspielen, weil er der grösste Wohltäter ist. Halleluja! Und wenn das dein himmlischer Vater ist, wenn das die Natur deines himmlischen Vaters ist, dann wird das automatisch, wird das auf die Kinder übertragen, weil sie ihn gar nicht anders kennenlernen. Und hier ist der Punkt. Menschen können das Thema entweder völlig auf der Seite lassen, völlig auf die Seite schieben und sagen, das ist nicht wichtig, oder das finden wir nicht in der Bibel, oder? Wir gehen in die Bibel und wir finden die Wahrheit heraus. Höre nie auf Meinungen. Höre nie auf Erfahrungen. Höre auf Gottes Wort. Das ist der Punkt. In unseren Kreisen gibt es zu viele Meinungen. Zu viele Meinungen, zu viele Erfahrungen, egal ob sie jetzt gut oder negativ sind. Was zählt für uns, ist Gottes Wort. Wir finden Gottes Wille nie heraus durch eine Erfahrung einer anderen Person. So finden wir Gottes Wille nie heraus für unser eigenes Leben. Wir erkennen nie Gottes Wille für unser Leben aufgrund einer Meinung einer anderen Person. Sondern Gottes Wille ist offenbart durch Gottes Wort. Das macht ihn so gerecht. Weil jeder hat nun dasselbe. Amen. Weisst du, wie unfair es wäre, einfach nur auf Meinungen und Erfahrungen zu bauen? Wie unfair, dass das wäre. Jemand geht es ständig gut und er macht ständig positive und gute Erfahrungen. Und du siehst, bei mir ist das nicht so. Und weswegen geht es dem immer so gut und mir geht es immer nicht so gut. Und das wäre unfair. Aber Gott ist ein absolut in jedem Bereich gerechter Gott. Deswegen gibt er uns sein Wort. Und in seinem Wort sehen wir all die wunderbaren Dinge. Halleluja. Die wunderbaren Offenbarungen seines Willens. Und hier haben wir unseren ersten Psalm. Psalm 126. Eine grossartige Erfahrung. Eine grossartige Offenbarung. Vom Herrn, die er uns hier gibt. Und er sagt im Vers 1. Psalm 126 im Vers 1. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte. Das ist für Neu-Testament. Perspektive. Das ist erlöst zu sein in Jesus Christus. Das ist unsere Erlösung durch Christus. Okay. Als er sie zurückbrachte. Da waren wir wie tro... Oh. Okay. Ich sehe. Ihr wartet noch. Okay. Ja. Genau. Okay. Ich lese vor. Deswegen nehmen wir trotzdem noch unsere Bibel mit. Trotz all der Technik, die wir haben. Okay. Dann hör einfach zu. Hör einfach zu, bis sie da hier ready sind. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte oder erlöste, da war unser Mund voll... Was denkst du, was kommt jetzt? Wer ist für lachen? Wer ist für weinen? Erlöste haben was zu lachen. Amen. 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 Und ich fühle mich irgendwie ganz persönlich jetzt zu ihm hingezogen. Weil er mich so anlächelt. Erlöste haben was zu lachen, stimmt's? Erlöste haben etwas, was andere nicht haben. Ewige Gewissheit. Ewigkeit in ihren Herzen. Und das lässt uns nicht erschauern, erschaudern oder trauern. Okay? Christen sind keine Menschen, die trauern sollten, sondern die konstant fröhlich sein sollten. Amen. Denn der, der gestorben ist, ist wieder auferstanden. Da gibt es nichts mehr zu trauern. Der, der einst tot war, lebt. Amen. Der, der einst gestorben ist, ist jetzt wieder lebendig. Stell dir vor, an der Beerdigung. Alle weinen. Der Pastor versucht, sich irgendwie durch die Abdankung zu mogeln, weil er genau sieht, was für eine Verfassung die Leute sind. Und stell dir vor, alle trauern, alle sind traurig. Aber stell dir vor, die Person, der Sarg würde aufgehen. Boom. Und jemand würde dort liegen und sagen, hey. Hi. Könnt ihr mir helfen? So ungemütlich hier. Wischt ihr die Tränen ab? Helft mir besser raus. Jesus ist auferstanden. Und das ist die Kraft der Erlösung, die Auferstehung. Halleluja. Deswegen, ihr Mund ist, hier ist der Aufschluss, und ich glaube, wir sehen es jetzt hier ganz genau. Psalm 126. Da war unser Mund voll Lachen. Weil er die Erlösten einfach simpel gesegnet hat. Und dann sagt er, hier hört es nicht auf, er sagt, unser Mund war voll Jubel. Halleluja. Und unser Mund war voll Jubel. Das passt auch zusammen, stimmt's? Wir sind happy. Wir sind fröhlich. Und unser Mund ist voll Jubel. Auf unserem Gesicht ist ein Lachen. Das ist ein Match. Das passt zusammen. Amen. Das ist das Wunderbare an den Psalmen, wie sie so gut immer zusammenpassen. Und jetzt schaut ihr an, er sagt weiter. Das sagte man unter den Heiden. Der Herr hat Grosses an ihnen getan. Gott hat Grosses an dir getan. Egal, ob du es im Moment gar nicht fühlst. Gott hat Grosses an dir getan. Es spielt keine Rolle, ob das fühlbar ist oder nicht fühlbar ist. Gott hat Grosses an dir getan. Er hat Grosses getan. Und dann Vers 3. Wir sind fröhlich geworden. Halleluja. Wir sind fröhlich geworden. Das ist unser erlöster Stand. Das ist unser erlöster Zustand. Nun, unsere Seele mag nicht immer fröhlich sein. Aber unsere Seele hat auch nicht das letzte Wort in unserem Leben. Unsere Gefühle und unsere Emotionen sollten nie das letzte Wort haben in unserem Leben. Das letzte Wort sollte er haben. Gottes Wort ist das finale Wort. Sollten Menschen das letzte Wort haben in deinem Leben. Weisst du, Menschen hatten schon das letzte Wort über andere gesprochen. Und Gottes Wort kam und zog sie aus dem Rachen des Todes. Amen. Sein Wort hat das letzte Wort in unserem Leben. Nicht das eines Menschen. Nicht das unserer Gefühle. Es ist sein Wort. Hat immer das letzte und finale Wort. Vers 4. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück, wie die Bäche im Negev. Und das ist jetzt nicht nur hier israelischer Gefangenenaustausch. Sondern auch Menschen, die erlöst sind, sitzen manchmal in diesem Gefängnis. In diesem Gefängnis der Religion. Weil sie Gottes Wort nicht kennen, sitzen sie im Gefängnis von Meinungen. Sie sitzen im Gefängnis von Erfahrungen von anderen. Aber Gott hat einen ganz anderen Weg für jeden Einzelnen. Sein Wort ist das finale Wort. Und sein Wort steht über jeden Erfahrungen und Meinungen. Dann Vers 5. Schau dir das an. Und schau dir an, wie es sich hier wendet. Die nächsten Verse. Okay. Vers 5. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Vers 6. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück. In einem Moment haben wir die Möglichkeit zu säen. Und wir wissen, unter der Perspektive von Paulus und des Neuen Testaments, wissen wir, dass wir eigentlich mit Fröhlichkeit geben sollten. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Stimmt's? Okay. Houston, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Denn hier sagt er, mit Tränen säen sie. Das Neue Testament sagt, wir sollen mit Freuden säen. Okay. Aber hier ist die Grösse Gottes. Auch wenn wir es nicht immer ganz auf der Reihe haben oder noch nicht auf der Reihe haben. Er wendet. Halleluja. Gott ist ein Wender. Er wendet deine Situation. Er wendet deine physische Verfassung. Er wendet deine familiäre Situation. Er wendet deine Ehe. Denn meistens gehen wir davon aus, wenn ich es jetzt so sage, dass nicht alles immer in Butter ist. Also wir gehen nicht davon aus, alles ist gut und Gott wendet es zum Schlechten. Nein. Das ist nicht so. Sondern Probleme wendet er zum Guten. Er hat das Geschick Chiobs gewendet. Amen. Glaube ihm, dass er deine Situation wenden wird. Halleluja. Er wird deine Situation in sein Reich hinein wenden. Er wird deine Situation neu wenden. Und wenn er es gewendet hat, wird er deine Situation als Zeugnis verwenden. Halleluja. Kannst du das sehen? Aus negativ zum Plus. Er wendet die Situation und nachher wird das als Zeugnis verwendet. Weil wir etwas zu sagen haben und weil er uns etwas gegeben hat, das andere wieder, Halleluja, aus ihrer Depression herausholt. Aus ihrer schwierigen Lage herausholt. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn du von Erfahrungen hörst, dass du gute Zeugnisse hörst. Dass wenn du von Geschichten, Lebensgeschichten hörst, dass du die guten Dinge hörst. Halleluja. Weil Gott ist ein Wender. Siehst du, sie haben mit Tränen gesät, aber er wendet es, er wendet es so, dass sie mit Freude ernten. Und für viele Menschen ist das oftmals auch so in der Situation, wo sie sind. Sie stehen vielleicht in einer finanziellen Situation, wo sie sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, noch etwas säen zu können. Ich kann mir gar nicht vorstellen oder es uns leisten, noch etwas in Gottes Reich hinein säen zu können. Aber er sagt, er wird es in Freude wenden. Halleluja. Er sagt, dass wenn wir den Samen gewiss ausgetragen haben, kommt er zurück und die Ernte wird Freude produzieren. Die Ernte wird Freude produzieren. Kann das Säen ändern? Die Einstellung des Säens. Kann das ändern? Kann die Einstellung des Säens, wenn wir Gott geben, kann sich das verändern? Absolut. Und das will er uns hier sagen. Nur weil wir ab und zu Zweifel hatten, wenn wir unseren Samen gesät haben, ist das nicht das Ende. Kannst du das sehen? Nur weil wir ab und zu in Zweifel, vielleicht sogar in massiven Zweifel, in Angst gesät haben, das ist nicht das Ende. Denkst du, nur weil wir in Zweifel gesät haben, ist dieser Same verloren? Andere haben gesät mit grosser Erwartung und die Dinge kamen zurück. Halleluja. Aber er wird das, was du gesät hast, er wird es wenden und zwar in die Freude der Ernte hinein. Halleluja. Deswegen jedes Mal, er will uns hier simpel und einfach sagen, jedes Mal, wenn wir unseren Samen säen, dann säen wir voraus. Das ist der Schlüssel. Sieh voraus. Siehst du, der Same ist nicht, denn das, was wir säen finanziell, ist nicht bye-bye. Bye-bye. Da läuft der Opferkorb. Bye-bye. Nein, die Einstellung ist, see you again. Denn wer säht, wir dämmten. Amen. Also wer säht, ist nicht auf ein Immerwiedersehen, sondern wer säht, wird ernten. Das ist ein geistliches Prinzip, das immer bleiben wird. Und deswegen ist es immer, wir sehen darüber hinaus. Das, was wir heute säen, wir freuen uns jetzt schon auf die morgige Ernte. Ob sie morgen ist, ob sie übermorgen ist, was ich damit meine ist, wenn wir heute säen, schauen wir in die Zukunft. Halleluja. Und wir erwarten immer die Ernte, weil er sagt, die mit Tränen gesät haben, werden mit Freuden und vielleicht mit Freunden, werden sie ernten. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen und unsere Opfer in unsere Hand nehmen. Und dann wollen wir beten und das ist, was wir beten werden. Heute beten wir Psalm 126, okay? Heute beten wir Psalm 126, weil ich erwarte mit dir eine Ernte. Ich erwarte mit dir eine gute Ernte. Auch wenn du jetzt etwas traurig bist über diese lange Opferpredigt. Wir schauen voraus. Okay, relax, relax. Siehst du, da ist noch so viel mehr. Ich sage dir, wir haben einen Psalm an den anderen gereiht, wo wir solche Dinge finden. Wir nennen es Wohlstandspsalmen. Und Gott zeigt uns auf, wie wir die Sache angehen. Halleluja. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, zu säen, zu investieren. Danke, Vater. Du hast verheissen, dass die, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Halleluja. Vater, ich spreche das aus über diese Gemeinde und über jeden Einzelnen. Halleluja. Wer weinend hingeht, hast du gesagt, und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss, nicht eine Option, nicht eventuell, sondern gewiss, wahrlich, wahrlich, er kommt sicher, ganz sicher, kommt er mit Freuden zurück. Halleluja. Gewiss hast du gesagt. Gewiss hast du uns gezeigt. Und deswegen, er bringt seine Garben, er bringt seine Ernte ein mit Freuden. Halleluja. Halleluja, Vater, wir danken dir so sehr, dass, auch wenn wir in Tränen gesät haben, dass die Freude, die wir ernten werden, so viel grösser sein wird, wie so, wie wir gesät haben in Tränen. Die Freude wird so viel grösser sein, als die Tränen. Halleluja. Wir danken dir, Vater, dass du uns jetzt schon zeigst, dass nächstes Mal säen wir nicht mehr mit Tränen, sondern mit Freuden und ernten mit Freuden. Halleluja. Thank you, Jesus. Amen und Amen. Halleluja. Vater, eins habe ich noch, eins muss ich noch beten. Vater, ich danke dir, dass die Familien zunehmend finanziellen Zuwachs erfahren. Halleluja. Vater, dass wir eine Zunahme sehen, einen finanziellen Zuwachs bei den Familien mit Kindern. Halleluja. So, dass du sie versorgst, so dass du ihnen gibst, aufgrund dessen, weil du ihnen demonstrierst, nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern schon, was für ein grosser Versorger du bist. Amen und Amen. Preis dem Herrn, ich darf die Helfer bitten, die Körbe durch die Reihen zu geben. Diejenigen, die uns mit der Einzahlungsscheine unterstützen wollen, Einzahlungsscheine liegen dort beim Opferstock bei. Nimm doch einfach einen mit, falls du uns so unterstützen möchtest. Oder schon für die Amortisation. Vielen Dank. Wir nehmen nichts als selbstverständlich. Kein Franken, kein Euro, kein Rubel, kein Dollar, den wir empfangen, wird von uns als selbstverständlich genommen. Wir müssen aus Glauben leben, weil ein anderes Leben funktioniert nicht. Amen. Ein anderes funktioniert nicht. Thank you, Jesus. Die Schweiz-Reis-OK-Nationalmannschaft steht schon fast im Final. Hat jemand das Spiel gestern gesehen? Hey, die Jungs sind gut drauf. Praise the Lord. Ja, wirklich. Zu Hause liege ich auf der Couch und schaue mir den Superbowl an. Eis-OK-Spiele, oder? Im Hallenstadion auf den Rängen. Also einfach, dass du weisst, wenn ich zu Hause bin, dann bete ich nicht nur. Nicht nur. Okay. Ich bete, aber nicht nur. Manchmal haben die Leute den Eindruck, wenn man im Dienst ist und wenn man Pastor, Prediger ist, was auch immer, dass man zu Hause, da betet man nur. Und man hat immer ein Wort für die Frau. Und das hat man, aber liebende, zuneigende Worte. Wir haben zärtliche Worte. Aber wir dürfen uns keine falschen Vorstellungen machen, okay? Pastoren sind Menschen, Prediger sind Menschen wie du. Und sie haben die gleichen Herausforderungen wie du. Pastoren und Frauen sind Frauen. Sie haben die selben Herausforderungen wie alle Frauen. Und Gott hat uns alle aus Fleisch und Blut gemacht. Okay. Gott hat uns nicht als Ämter und Positionen erschaffen, sondern als Kinder. Amen. Als Söhne und Töchter des Höchsten. Und so sind wir in den selben Situationen. Und auch wir brauchen uns immer wieder zu orientieren. Siehst du, die Dinge, oftmals haben die Leute solche romantischen Vorstellungen über den Dienst und über die Dienste. Und Ämter. Und diese Träume zerplatzen dann in einem Moment. Weil auch wir müssen uns immer wieder an gewissen Grundwerten und Kernwerten orientieren. Und darüber sprechen wir in diesen nächsten Wochen. Sozusagen. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen. Heute sprechen wir darüber. Wir werden sicher dann noch ein nächstes Mal darüber sprechen. Über unsere Kernwerte. Okay. Und diese Kernwerte, die auf der einen Seite sind die in unserer Bibelschule Broschüre aufgelistet. Die Kernwerte. Oder auf unserer Internetseite haben wir unsere Kernwerte. Die wir auch teilen wollen und an denen wir uns immer wieder orientieren wollen. Okay. Wir als Grace Family Church. Wir als Grace Gemeinde haben Kernwerte. Wir haben Grundwerte. Und diese Kernwerte und diese Grundwerte sollen auch Charakter, starken Charakter in uns formen. Denn die richtigen Werte, die richtigen Normen, formen etwas in uns. Okay. Und diese Kern- und Grundwerte, wie gesagt, wir müssen uns alle immer wieder an diesen orientieren. Und auch ich tue das immer wieder. Und deswegen lese ich sie dir vor. Unsere Kernwerte, die wir haben. Du kannst das downloaden auf der Internetseite oder in die Broschüre der Bibelschule reinschauen. Aber hier sind unsere fünf Kernwerte. Fünf Grundwerte. Nummer eins. Dienen, dienen aus der Ruhe heraus. Das ist unser erster Kernwert. Und das bedeutet simpel und einfach, wir können produktiver und effektiver nach aussen sein, weil wir aus innerer Ruhe und innerem Frieden heraus wirken. Halleluja. Dienen aus der Ruhe. Der zweite Kernwert ist, Menschen sind wichtig. Okay. Menschen sind wichtig. Wir lieben und schätzen jeden Menschen, denn jeder ist für den Herrn wichtig. Wir unterscheiden nicht von Rasse oder Hautfarbe oder Nationalität, sondern jeder Mensch ist für uns wichtig. Dritter Kernwert. Exzellenz in allem. Wir suchen Vortrefflichkeit in allem, was wir tun. Nicht im Sinne von Werk oder Arbeit, sondern weil wir geführt sind. Das ist für uns Exzellenz, wenn jeder das Beste gibt. Heute Morgen habe ich noch die Schlagzeile gelesen im Tagesanzeiger Online. Aufgrund, weil die Nationalmannschaft gestern so super gespielt hat gegen Tschechien, haben sie 1 zu 0 gewonnen. Für all die, die nicht wissen, was 1 okay ist. Das ist die Schlagzeile. Heute Morgen habe ich es gelesen. Und zwar Jonas Hiller, unser bester Torhüter auf der Welt. Er sagte, zum 1 zu 0 Sieg, sagte er, jeder gibt einfach alles, damit wir kein Tor kassieren. Wow, und was für ein exzellenter Match, das doch gestern war. Wirklich, sensationell haben sie gespielt. Und das ist seine Aussage. Jeder gibt einfach alles. Das ist Exzellenz. Jeder gibt das Beste. Halleluja. Egal, wo er steht. Egal, ob du erst einen Monat im Glauben bist oder ein Jahrhundert im Glauben bist. Jeder gibt das Beste. Halleluja. Und das ist die Vortrefflichkeit. Dann unser vierter Kernwert. Ehren. Das ist unser vierter Kernwert. Ehren. Wir behandeln einander mit Respekt und Integrität, bekennen uns zu unserer Leiterschaft und ehren sie wie den Herrn. Und das gilt natürlich für alle Menschen. Aber ich werde dann später noch über das sprechen und was das auch bedeutet. Dann der letzte Kernwert, fünfte Kernwert. Umgang. Umgang. Siehst du, wenn wir uns immer wieder daran orientieren, dann formt das etwas in uns. Es formt auch einen starken Charakter. Umgang. Wir gehen grosszügig mit Fehlern um. Denn es hilft uns, viel schneller etwas zu bereinigen und uns zu verbessern. Das ist so wichtig, dass wir auch in diesem Aspekt aus der Ruhe heraus immer wieder reagieren. Du weisst ja, aus der Ruhe heraus reagieren ist einfach, wenn alles gut läuft. Stimmt's? Kennst du das? Wenn alles gut läuft, dann ist man schnell in der Ruhe. Weil alle machen es gut. Aber wenn etwas nicht gut läuft. Geschäftsmänner, wisst ihr, wovon ich rede? Hausfrauen, wisst ihr, wovon ich rede? Wenn etwas nicht so läuft, wenn etwas nicht so läuft, wie du es willst, dann ist es die Herausforderung, in der Ruhe zu bleiben. Und deswegen ist das ein wichtiger Aspekt, dass der Umgang relaxed sein muss. Wir gehen grosszügig mit Fehlern um. Das heisst nicht, wir fördern. Wir fördern nicht Fehler. Okay? Aber Fehler passieren. Okay? Und deswegen hilft uns immer das wieder, auch es zu bereinigen und sich dabei eben zu verbessern. Denn daraus lernt man immer. Somit sind das unsere fünf Kernwerte. Und jetzt all about Jesus. Wir wollen dadurch auch immer wieder unseren Herrn verherrlichen. Wir wollen ein Zeugnis sein mit allen diesen Kernwerten für unseren Herrn. Wenn wir glauben, das sind Dinge, die er uns gezeigt hat. Wenn wir die Bibel aus der Vogelschau-Perspektive betrachten oder zusammenfassen, dann glauben wir, hat er uns das gezeigt. Er hat uns immer wieder gezeigt, dass wir in der Ruhe sein sollen, stimmt's? Kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Kommt, kommt, kommt zu mir. Ich will euch erquicken. Okay? Immer wieder in diese Ruhe kommen. Er nahm jeden Menschen für wichtig, stimmt's? Er nahm jeden Menschen. Für ihn war jeder Mensch wichtig. Exzellenz. Er hatte einen Dienst der Vortrefflichkeit. Halleluja. Trotzdem hatte er um sich ein Team, das nicht immer exzellent war. Thank you, Jesus. Stimmt's? Denkst du, Petrus war nicht immer vortrefflich, stimmt's? Petrus war nicht immer vollkommen. Und trotzdem suchten alle und gaben alle ihr Bestes. Selbst dann, wenn man dachte, meine Güte, Petrus, was sagst du da? Als er sagte, Herr, Herr, bemitleide dich doch selbst. Hör nicht auf diese Leute. Jesus sagte, Satan, weiche von mir. Selbst in diesem Moment, siehst du, er hat es nicht realisiert, er hat es nicht gesehen. Dort, wo er stand, versuchte er, Jesus zu helfen. War natürlich absolut keine Hilfe. Völlig in die Büsche gesetzt, seine Hilfe. Oh Herr, feiere doch eine Pity-Party. Tu dir das nicht an. Oh Jesus, geh doch nicht ans Kreuz. Tu dir das nicht an. Jetzt schaute ihn an. Nein, er hat nicht das gesagt, aber er sagt, der weiche von mir, Satan. Das ist eine Stufe höher. Petrus war nicht immer perfekt und vollkommen. Aber er gab in dem Moment sein Bestes. Auch wenn wir heute sagen würden, oh okay, also schwierig nachzuvollziehen. Petrus war derjenige, der als Jesus wiederkam, er versuchte ein zweites Mal auf Wasser zu laufen. Er stieg aus dem Boot und ging Jesus entgegen. Er konnte nicht auf Wasser laufen, sondern er wadete Jesus entgegen, als er ihn wieder sah nach der Auferstehung. Keiner der anderen Jünger tat das. Die blieben alle im Boot. Petrus hat den Herrn sehr geliebt. Denn es kann gar nicht anders sein. Jesus hat es uns gezeigt. In dieser wunderbaren Geschichte, wo er der Ehebrecher ihn vergibt und er ihr sagt, wer viel vergeben ist, der kann viel lieben. Und wenn wir all die Jünger zusammen anschauen, wem wurde er am meisten vergeben? Petrus. Stimmt's? Denn er hat dreimal gesagt, diesen kenne ich nicht. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Er hat dreimal seine Rettung verloren. Und sie doch wieder gewonnen. Weil Jesus ihn so sehr liebte. Amen. Technisch gesehen hat er sie nicht verloren, die Rettung. Aber eigentlich hätte er sie verlieren müssen. Seien wir ganz ehrlich. Aha. Stimmt's? Eigentlich hätte er sie verlieren müssen. Aber er hat sie nicht verloren. Weil Jesus ihn immer wieder zurückholte. Jesus sagte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus hat immer wieder, war er da für Petrus. Der Mann war nicht perfekt. Der Mann war nicht vollkommen. Aber er gab immer wieder sein Bestes. Und er wurde zu einem der grössten Seelengewinner nachher. Er war der Erste, der da stand und predigte. Und boom, 3000 bekehrten sich. Er war einer, der sein Bestes gab. In seiner Art und Weise. Und hat trotzdem immer wieder gelernt von Jesus. Ehren. Oh, was für ein grosses Thema. Jesus hat es immer wieder, das Thema Ehre, Ehre, Honor auf Englisch, hat es angesprochen. Plus, wir sehen eben diesen Umgang. Nun, in diesen Wochen, wo ich über das predige hier, über unsere Kernwerte, springe ich einfach ein wenig hin und her. Also wir machen jetzt da nicht so sehr. Machen wir einfach das Punkt eins, das Punkt zwei. Ich springe, bis es gleich am besten hüpft. Okay, also ich springe immer wieder ein wenig hin und her. So wie jetzt eigentlich. Aber wir gehen ein, zu dieser Stelle hier, wollen wir uns diese nochmals anschauen. Wir haben diese letztes Mal angeschaut. Galater 5, Vers 13. Schauen wir uns diese Stelle hier kurz an. Dienen aus der Ruhe. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Sondern dient einander durch die Liebe. Saved to serve. Jesus hat uns erlöst, damit wir dienen können. Jesus hat uns gerettet und dadurch zum Dienen berufen. Und im Englischen ist das Wort gerettet, saved. Und das Wort serve ist dienen. Und deswegen reimt es sich so wunderbar im Englischen. Jesus hat dich und mich gesaved. Um zu surfen. Hey! Im Himmel reden wir alle Englisch. Etwas Hebräisch. Nein, sicherlich. Aber es gleitet einem so gut von der Zunge. Saved to serve. Und nicht eben saved to sit around. Got it? Wir sind nicht gerettet worden, um herumzusitzen. Team. Toll. Ein anderer macht's. T-E-A-M. Team. Toll. Ein anderer macht's. Das heißt, das ist nicht Team, stimmt's? Team ist alle am selben Strang. Alle ziehen mit. Jeder gibt das Beste. Das ist der Teamgedanke. So wie wir es gehört haben von Jonas Hiller. Das ist der Teamgedanke. Wir haben einfach alle das Beste gegeben, damit wir kein Gegentor kassieren. Absolut perfekt ausgedrückt. Team. Team. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen lernen. Wir sind von Jesus gerettet, um ihm jetzt dienen zu können. Wir sehen das immer wieder. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Erinnert ihr euch? Letztes Mal haben wir zwei, drei Bibelstellen angeschaut. Und er sagt hier, gibt deswegen eben dem Fleisch nicht ein Vorwand. Okay? Gibt nicht ein Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn unser Fleisch ist sehr und kann sehr stark reden. Unser Fleisch hat eine Sprache unter anderem auch der Müdigkeit. Ich bin müde. Ich mag nicht. Oder ich mag nicht mehr. Wir alle werden vermutlich gar nie an den Punkt kommen, wo wir wirklich nicht mehr mögen. Denn dieser Punkt ist ziemlich weit. Und sonst geh mal eine Woche ohne Wasser in die Wüste. Dann siehst du, wie weit draussen dieser Punkt ist. Dass wir diese Erfahrungen machen, die Extrameile zu gehen, ist enorm viel. Das ist wichtig für unser Leben. Lerne immer wieder auch, diese Extrameile zu gehen. Manchmal ist es wirklich diese letzte Meile. Aber es ist immer wieder auch wichtig für unseren Charakter, für unsere Charakterformung, dass wir diesen letzten Hund überwinden. Diesen inneren, nicht sagen jetzt bitte, überwinden. Und dann gehen wir eben diese Extrameile. Und diese Extrameile tut uns immer wieder gut. Auch wenn es für das Fleisch mühsam ist. Amen. Auch Grace ist nie eine fleischliche Entschuldigung. Danke für das halbe Jahr von irgendeinem Kind aus dem Kinderdienst durch zwei Wände. Grace ist keine Entschuldigung für das Fleisch. Und da müssen wir immer wieder schauen, dass wir nicht als Vorwand das Fleisch eben vorher schieben. Siehst du, es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ist extrem interessant. Die finden wir im Haggai. Gehen wir dorthin. Das ist wirklich eine interessante Geschichte, weil dort zeigt er auf, weswegen die Leute nicht auf einen grünen Zweig kommen. Und es ist sehr offenbar, wenn wir verstehen, was er dort meint und was er dort ihnen eigentlich zeigt. Wir gehen zum Haggai, zum ersten Kapitel. Du blättest nach so lange wie ich, bis du ihn findest. Erstes Kapitel. Und wir lesen ab dem zweiten Vers ganz genau. So spricht der Herr, der Herrschern. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Das hat hier damit zu tun, dass sie eigentlich den Auftrag hatten, den Tempel wieder aufzubauen. Okay, das ist die Situation. Nun, daraus sehen wir aber im Generellen, woran es liegt, wenn man nicht auf einen grünen Zweig kommt. Und das in verschiedenen Bereichen seines Lebens. Es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Vers 3. Daher ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermassen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Also sie waren eigentlich dabei, endlich wieder die intime Beziehung, so wie es eigentlich möglich war oder nur möglich war unter dem Alten Testament, wieder aufbauen zu können. Endlich wieder, ich will das Wort Religion vermeiden, aber ich sage es jetzt trotzdem, endlich hatten sie wieder mal eine Religion. Endlich hatten sie wieder mal einen Glauben. Endlich hatten sie wieder diese Beziehung oder könnten sie haben durch den Wiederaufbau des Tempels und die Wiederinstallierung all der Dienste, aber sie haben kein Interesse daran. Sie bauen ihre eigenen Häuser. Und er sagt ihnen, Vers 4, nein, Vers 5 sind bestimmt, Und nun, so spricht der Herr, der Herrschern, Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Schaut ihr das an, Vers 6. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Das sollte nicht sein. Etwas stimmt nicht. Wenn man viel sät, dann sagt uns die Bibel, wird man viel ernten. Und wenn man viel sät und man bringt wenig ein, es kommt wenig Ernte, Something is wrong. Aber siehst du, hier ist der Punkt. Frag nicht, Gott, was mache ich falsch und was habe ich alles falsch gemacht im Leben? Bete anstelle, Herr, ich brauche Weisheit. Denn offensichtlich mangelt es mir. Setz dich nicht in die negative Position von, ich habe alles falsch gemacht, ich mache alles falsch. Nein, stehe da und sage, Herr, ich brauche deine Weisheit. Denn du gibst jedermann gerne deine Weisheit. Ihr seid viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Der Herr will uns helfen, mit diesen Dingen zu zeigen, warum kommt man nicht auf den grünen Zweig. Nun, wir müssen weiterlesen. Vers 7. So spricht der Herr der Herrscher. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Siehst du, jetzt kommt die Weisheit Gottes. Halleluja. Und Gottes Wort ist schon bis zu einem gewissen, natürlich grossen Grad diese Weisheit. Aber individuell kann es natürlich Unterschiede geben. Verstehst du? Gottes Wort ist voller Weisheit für uns. Verstehst du das? Aber individuell muss er dir auch individuell Weisheit geben. Das vielleicht jetzt nicht gleich hier. Du liest nicht gleich, oh, das bin ich, so und so, Musterstrasse 15. Individuell kommt aus dem Gebet. Hörst du mir zu? Individuelle Weisheit kommt aus dem Gebet. Ihn fragen. Generelle Weisheit kommt aus seinem Wort. Und jetzt sagt er, so spricht der Herr der Herrscher. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Vers 8. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus, baut den Tempel. Dann werde ich wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Vers 9. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Viel gesät und wenig geerntet. Ihr habt viel erwartet und es wurde wenig daraus. Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher. Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein, sein eigenes. Sein eigenes. Sein eigenes. Haus zu sorgen. Sein eigenes zu sorgen. Sehst du den Punkt hier? Was will er uns sagen? Gott zeigt ihnen auf, weswegen sie nicht auf einen grünen Zweig kommen, weil sie zu fest mit sich selbst, mit sich selbst, mit sich selbst beschäftigt sind. Zu fest beschäftigt mit sich selbst. Und das ist immer, war schon immer das Problem der Menschheit. Und es begann bei Adam und Eva. Als die Schlange sagte, auf keinen Fall werdet ihr des Todes sterben. Oh nein, wenn ihr von diesem leckeren Baum esst, dann weiss Gott, ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet unterscheiden können. Und ihr werdet das Gute und das Böse erkennen, weil es ist ja der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ihr werdet Erkenntnis haben. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist, was der Teufel Adam und Eva sagte. Ihr werdet sein wie Gott. Und genau das war das Problem. Denn sie waren schon wie Gott. Da gibt es nichts mehr zu tun, um so zu werden wie Gott. Denn unsere Gerechtigkeit hängt nicht von unserem Tun ab, sondern von Jesu Opfer. Ich kann nicht gerechter werden, weil ich schon vollkommen gerecht bin. Ich kann gar nichts mehr tun, um gerecht zu sein oder gerecht zu werden oder noch gerechter zu werden, weil ich es schon bin. Und dort beginnt die Verführung der Menschheit. Man will selber etwas für sich tun. Sein eigenes, um seine Gerechtigkeit zu haben. Und das hat nie funktioniert. Das hat nie funktioniert. Und genau das sehen wir hier. Dieses Problem, das sie hier haben. Sie sind zu fest mit sich selbst beschäftigt. Anstatt mit dem Dienst am Herrn. In dieser Zeit war es das Haus des Herrn Bauern. Und das war ihr Fallbein. Okay? Und deswegen viel haben sie gesät. Und sie haben wenig geerntet. Und Gott zeigt ihnen diesen Grund. Und weisst du, das ist bei uns in unseren Kernwerten, das ist der zweite Punkt. Menschen sind wichtig. Denn wenn Menschen wichtig sind, dann dienen wir einander. Kannst du das sehen? Nochmals, Galater 5, Vers 13. Wenn Menschen wichtig sind, wenn wir Menschen lieben und schätzen, dann dienen wir einander. Denn er sagt, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander. Bist du, dient einander durch die Liebe. Halleluja. Was ist das? Safe to surf. Nicht safe to sit around. Ich rede nicht von den Leuten, die auch mal eine Pause einlegen. Die viel gegeben haben, die viel investiert haben. Und sie machen mal einen Break, eine Pause. Von den Leuten rede ich nicht. Weil wir alle brauchen von Zeit zu Zeit. Wir brauchen Ferien, wir brauchen Pausen. Aber der Grundgedanke bleibt. Wir sind berufen, einander zu dienen. Und deswegen ist die Plattform der Church so wichtig. Weil wir hier so viele Möglichkeiten haben, Möglichkeiten schaffen, um einander dienen zu können. Und da dürfen wir unserem Fleisch nicht Vorrang geben. Siehst du, mach den Sitzdienst nie zur Ausrede. Denn jeder von uns hat auch einen Sitzdienst. Amen. Und der Sitzdienst ist simpel und einfach, zu kommen und zu erwarten. Wenn du kommst und denkst, ja, mal schauen, was er heute wieder anspricht. Dann schau zu Hause die Olympiade. Dann wirst du mehr bekommen. Sondern der Sitzdienst ist simpel und einfach, zu kommen und zu erwarten. Gott redet heute zu mir. Halleluja. Zu erwarten, zu beten, in diesem Sitz, nicht einfach nur entspannt zu sitzen. Vielleicht äusserlich entspannt, aber innerlich mit grosser Erwartung. Gott redet zu mir. Halleluja. Ja, das soll die Erwartung sein. Das soll die Erwartung sein. Und deswegen dürfen wir den Sitzdienst nicht zur fleischlichen Ausrede machen. Oh, das ist mein Dienst für die nächsten 50 Jahre. Das Team, toll einander macht's. Dabei gibt's so viel, dass man auch noch tun kann, tun sollte, weil einem Menschen wichtig sind. Die Frage ist simpel und einfach in diesem Punkt. Menschenliebe oder Eigensucht? Das ist das, was wir hier aus Haggai sehen. Waren sie daran interessiert, dass Menschen wieder in den Tempel, durch den Tempel anbeten können? Waren sie daran interessiert, dass sie wieder einen einheitlichen Glauben haben? Nicht mehr das Zerstreute, wo jeder sein eigenes Ding macht. Würden sie daran interessiert sein, um wieder anbeten zu können? Oder sind sie daran interessiert, ihre eigenen Häuser nur zu bauen? Das ist, was uns Haggai sagen will. Siehst du, weil der Dienst ist nie eine Pflicht, sondern er ist immer ein Privileg. Halleluja. Der Dienst ist nie eine Pflicht, sondern er ist immer ein Privileg. Es ist immer ein Privileg. Weil im Dienst ist das Privileg, dass man nicht eigene Fähigkeiten bekommt, sondern das Privileg ist, man bekommt seine Fähigkeiten. Schau dir das an, was es heisst. Ich zeige dir eine Stelle in der Bibel, ein Wort, das nur zweimal vorkommt im ganzen Neuen Testament. Und zwar die erste Stelle ist Epheser 1, Vers 6 und nachher gehen wir zum Lukas. Aber zuerst schauen wir uns das an. Epheser 1, Vers 6. Er sagt, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt. Siehst du dieses Wort begnadigt? Begnadigt hat in dem Geliebten. Dieses Wort kommt hier nur zweimal vor in der Bibel. Denn es ist das Wort Charito. Im Griechischen ist das das Wort Charito. Begnadigt oder begnadigen, so wie wir es hier lesen. Und das kommt so nur zweimal vor. Okay? Und jetzt schaut ihr an. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt. Und Charito bedeutet eigentlich simpel und einfach. Es bedeutet mit Gunst überhäuft zu sein. Es ist eine Steigerung von Charis. Okay? Charito ist eine Steigerung von Charis. Und es bedeutet, man ist mit Gunst überhäuft und zu Englisch highly, highly, highly favoured. Highly. 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 Highly favoured. Und ihr schaut alle so high aus im Moment. Zu dem kommen wir dann noch. Ich will, dass du heute high wirst. Ich will, dass du heute high wirst. Immer noch nicht alle. Ich will, dass du heute high wirst. Highly favoured. Charito. Steigerung von Charis. Was Gnade im Grunde ist. Und es kommt nur zweimal vor. Zweimal in der Bibel. Und ich schaue dir das an. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns mit Gunst überhäuft hat. Gott hat jeden Einzelnen hier in diesem Saal mit Gunst überhäuft. Every single person. Jeder Einzelne hier drin ist überhäuft mit Charito. Ob du es fühlst, spürst oder nicht. Ob du es siehst oder nicht siehst. Aber wir sind... Siehst du, wer hat das finale Wort? Nicht unsere Gefühle. Er hat das finale Wort. Wir sind highly favoured. Jeder von uns ist höchst begünstigt. Mit Gunst überhäuft. Halleluja. Mit Gunst überhäuft. Weil Gott ist ein Gott der Überhäufung. Gott ist nie ein Gott, der uns knapp durchbringt. Sondern er überhäuft. Halleluja. Deswegen siehst du, diese... Wo ist das? Lass mich kurz hier... Einen Abstecher machen. Einige nennen es Hasenpfad. Ja, hier. Römer 5, Vers 20. Und dann schauen wir uns nachher, nach dem hier, schauen wir uns die zweite Stelle an, wo Charito vorkommt. Und du wirst sofort sehen, worum es geht. Okay? Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Mass der Übertretung voll würde. Wo aber das Mass der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade, Charis, überströmend geworden. Und das Wort überströmend ist Hüpper, 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 Perisseo. Die Gnade, die wir haben, ist immer Hüpper, Gnade. Always. Halleluja. Die Gnade, die er uns gegeben hat, ist immer Hüpper, Hüpper, Perisseo. Das ist das griechische Wort. Ich muss es gar nicht versuchen aufzuschreiben. Hüpper, Perisseo. Hüpper, überströmend. Grace ist immer Hüpper. Es ist mehr, mehr, mehr als genug. Gott ist jemand, der uns mit Gunst überhäuft. Der uns mit Grace überhäuft hat. Halleluja. Egal, was Leute sagen, aber Grace ist immer Hüpper. Halleluja. Weil es einfach viel zu viel ist, das wir jemals hier auf Erden brauchen könnten. Halleluja. Wie wäre es, wenn dein Bankkonto so aussehen würde? Viel zu viel, als du jemals ein Leben lang brauchen könntest. Das wäre ein Hyper-Hyper-Bankkonto. Okay? That's Grace. Hüpper. Hyper. Halleluja. Überschwänglich. Überströmend. Überlaufend. Charito. Höchst begünstigt. Jetzt ist das die zweite Stelle, wo es vorkommt. Lukas, erstes Kapitel. Wir lesen ab dem 28. Vers. Lukas 1. Ab dem 28. Vers. Und der Engel kam zu ihr, das ist zu Maria, herein und sprach, Sei gegrüsst, Charito. Du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Was unter dem alten Bund nur noch oder erst Einzelpersonen betraf, ist unter dem neuen Bund für jeden in Christus. Haha. Halleluja. Weil das ist noch alter Bund. Aber es steht im Lukas-Evangelium. Es steht im Evangelium. Mein Evangelium ist auf Seite so und so. Im Neuen Testament steht vorher noch. Nein. Die Evangelien sind noch nicht ein neuer Bund. Denn der neue Bund kommt erst mit dem Tod und mit seiner Auferstehung. Die Evangelien läuten den neuen Bund ein. Okay? Sie läuten den neuen Bund ein. Aber viele, viele Geschichten, Aussagen, in den Evangelien sind von Jesus unter dem Gesetz gemacht. Weil er hatte es ja mit Gesetzlichen zu tun. Da gab es noch keine Charismatiker. Da gab es auch noch keine Pfingstler. Die kamen erst ein paar Monate später. Die gab es da noch nicht. Und weisst du was? Im Himmel gibt es das auch alles nicht mehr. Im Himmel gibt es keine Abteilung für Pfingstler und eine für Baptisten. Im Himmel sind wir alle eins. Amen. Also man wird sich wieder in die Augen schauen können. Diese Abteilung gibt es nicht mehr. Aber hier ist das Interessante. Siehst du? Das ist das erste Mal, wo Charito vorkommt. Und es geht um Maria. Was für eine Gesegnete. Was für eine Begnadigte. Und da war es noch ein Einzelfall. Und nachher im Epheser wird es generell für alle. Also das, was wir hier lesen, sei gegrüsst oder seid gegrüsst, ihr Begnadigten, ihr Gesegneten. Das ist für uns alle. Und jetzt, jetzt schau dir das an, Vers 29. Als sie ihn aber sah, den Engel, erschrak sie über sein Wort. Und das passiert heute vielen auch noch. Sie erschrecken zuerst einmal. Was? Ich bin höchst begünstigt. Ich bin mit Gunst überhäuft. Ich bin mit göttlichen Fähigkeiten befähigt. Oh nein, oh nein. Was für ein Engel war das? Der Engel. Hat es gesagt. Kein Engel. Nur ein Engler. Ich habe es vorher gesagt. Stimmt. Wir sind alle Charito. Sie hat sich erschreckt. Was für ein Wort. Was für ein Gruss ist das, sagt sie. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du bist höchst begünstigt. Du bist befähigt, etwas zur Welt zu bringen. Gnade. Überschwänglich. Das noch vorher noch nie jemand geschafft hat. Vers 31. Und siehe. Du wirst schwanger werden. Und einen Sohn gebärden. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn dieser. wird gross sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende machen. Und du sagst jetzt, was hat diese Schwangerschaft mit unseren Kernwerten zu tun? Meine Güte. Hier ist, was es damit zu tun hat. Im nächsten Vers. Schwangerschaft und Kernwerte. Okay. Das ist ganz logisch. Unlogisch. Aber Vers 34. Hier ist, was es damit zu tun hat. Maria aber sprach zum Engel. Manchmal reden das auch Leute untereinander. Oder sie sagen das zu ihren Pastoren, Predigern oder Leitern. Sie sagt, wie kann das sein, dass ich von keinem Mann weiss. Das musst du weglassen. Aber das Erste ist wichtig. Wie kann das sein? Ich will auf das hinsteuern. Wie kann das sein? Leute fragen sich immer wieder, Pastor Erich, in dieser turbulenten Welt, in dieser stressigen Welt, in meiner 50-Stunden-Woche, wie kann das sein, dass ich noch einen Dienst übernehmen kann? Wie kann das sein, dass ich noch etwas für Gottes reich tun kann? Wie soll das zustande kommen? Ich bin sonst schon 50-60 Stunden unterwegs. Wie kann das sein, dass ich noch in dieser turbulenten Welt etwas tun kann? Und hier ist der Weg, wie das sein kann. Vers 35 Und der Engel, das Herr antwortete und sprach zu ihr, the Holy Spirit wird über dich kommen. Halleluja. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Siehst du, Charito mit Gunst überhäuft, ist seine Abilities, sind seine Fähigkeiten. Es ist Gottes Gunst, die dich fähig macht. Nicht deine eigenen Leistungen, die dich fähig machen. Nicht deine eigene Ruhe, die du versuchst in all das hineinzubringen. Es ist Gottes Ruhe und Gottes Gunst und es ist Gottes Fingerspitzengefühl. Das du brauchen wirst. Der Punkt ist, wo das Problem reinkommt in unseren generell kirchlichen Diensten, ist, wenn wir zu viel selber versuchen. Wenn wir zu viel Eigenleistung mit hineinbringen, anstatt uns von der Kraft des Höchsten überschatten zu lassen. Und die Gunst des Höchsten, dessen bewusst zu sein. Denn wenn wir uns dessen bewusst sind, der Gunst des Höchsten, dann ist es seine Fähigkeiten und nicht mehr meine Planungsfähigkeiten. Wo könnte das noch irgendwie reinpassen in meiner Agenda? Das ist so wichtig, dass wir das sehen. Es sind seine Abilities. Und deswegen sind wir mit Gunst überhäuft, dass wir fähig werden, zu dienen. Ohne zuerst 15 Dale Carnegie Kurse besucht zu haben. Fähig sind, zu dienen. Halleluja. Mit der Liebe Jesu uns auszustrecken. Als Begrösser, als Helfer, als Ordner. Diesen Handshake mit Gottesfähigkeit zu machen. Halleluja. Diese neuen Menschen zu begrüssen mit der Liebe, die von innen herauskommt. Und nicht, weil du zwei Zahnstocher auf deiner Seite reinstecken musst, damit du ein wenig ein Lächeln am Sonntagmorgen drauf hast. Sondern mit seiner Liebe. Amen. Nicht mit, ich muss jetzt da morgen dastehen und versuchen, die Menschen zu begrüssen. Sondern die Kraft des Höchsten wird genau in diesen 20 Minuten über dich kommen. Und die Menschen, die da reinlaufen, siehst du in den 20 Minuten mit anderen Augen. Die Kraft des Höchsten wird auf dir sein. Wenn du nicht mehr weisst, welchen Knopf du da hinten drücken musst. Und alles macht boing, doing, doing, doing. Alle Lampen, doing, bing, dong, bong. Seine Fähigkeit. Hier ist der Knopf. Boom. Und es funktioniert. Wie kann das sein, fragte sich Maria. Das fragst du dich vielleicht auch. Wie kann das sein? Hier ist, wie es ist. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten. Das ist Charito. Denn sie war ja begnadigt. Siehst du, begnadigt zu sein bedeutet, sie konnte nichts machen. Ausser es glauben. Ausser es glauben. Denn im Vers 37, zum Abschluss heisst es hier, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Halleluja. Vers 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ich bin die Magd. Mir geschehe nach seinem Wort. Das ist Glauben. Mir geschehe nach seinem Wort. Herr, tu das Unmögliche. Denn bei dir ist kein Ding unmöglich. Mir geschehe nach deinem Wort. Faith. Glaube. Das ist der Ausdruck des Glaubens. Halleluja. Und Glaube wird immer dann erfahrbar, wenn du den Schritt aufs Wasser machst, aus deiner komfortablen Zone heraus und auf das Wasser, wo du normalerweise absaufen würdest. Das ist Faith. Das ist Glaube. Amen. Und plötzlich merkst du, ich werde getragen von etwas Übernatürlichem. Halleluja. Ich habe keine Erfahrung in diesem Dienst oder in dem Dienst oder Menschen zu begrüssen. Und ich bin froh, wenn ich keine Menschen um mich habe. Zeit für aufs Wasser zu gehen. Amen. Zeit to step out. Aufs Wasser zu gehen. Denn das ist immer der Punkt und Bereich, wo Glaube funktionieren wird. Halleluja. Dort, wo du nicht geschubt bist. Dort, wo du nicht Spezialist bist. Dort, wo du eigentlich gar keine Ahnung hast. Das ist der Zeit, das ist der Ort, wo wir aufs Wasser gehen sollen und uns von seiner Gunst tragen lassen sollen. Halleluja. Preis dem Herd. Das ist stepping out. Unser Leben, after all, nachdem alles gesagt wurde, ist unser Leben immer noch ein Leben des Glaubens. It's a life of faith. Halleluja. Und es ist ein Leben im Glauben zu wandeln. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt an seinen Glauben, den er für mich hat, glauben kann. Halleluja. Dass ich jetzt weiss, dass wenn mein Glaube an den Anschlag kommt, mein Glaube an ein Ende kommt, dann habe ich noch Jesu Glauben. Halleluja. Wenn ich nur ein Prozent von allem habe, dann hat er 99, den ganzen Rest. Und das ist, was mich durchtragen wird. Denn, hey, Jesus hat es immer wieder gesagt, eine Senfkornportion an Glauben genügt. Das ist nicht ziemlich gross. That's it. Ein Senfkornchen an Glauben reicht aus. It's enough. It's genug. Halleluja. Ein Senfkornchen reicht. Er macht den ganzen Rest. Was ist das Senfkornchen? Das Senfkornchen ist, mein Glaube ist da, um an seinen Glauben zu glauben. Dafür ist mein Glaube da. Ich glaube daran, dass er an mich glaubt. Denn Gott glaubt viel mehr an mich, als du an ihn. Ich kann gar nicht so viel an ihn glauben, wie er mir glaubt und wie er in mich vertrauen hat. Gott hat in dich viel mehr vertrauen, viel mehr Glauben, als du jemals an ihn haben könntest. Denn wenn mein Glaube ja sein Glaube übertreffen würde, dann stimmt etwas nicht mehr. Stimmt's? Dann stimmt etwas nicht mehr. Also muss er mehr Glauben an uns haben? Schau dir diese Welt an. Gott hat Mut. Er schaut uns an. Und er sieht und findet etwas in uns. Er vertraut uns. Er glaubt an uns. Und er gibt uns diese Welt. Um seinen Auftrag auszuführen. Jeder Leader, jeder Leiter weiss, wie sich das etwa anfühlt. Ich gebe das, was ich erschaffen habe, aus den Händen den Leuten der Versammlung und überlasse es jetzt ihnen. Und er nahm kein Valium für das. Sondern er hat echtes Vertrauen in uns. Halleluja. Gott hat Vertrauen und Glauben. Zwar in dich. Und das ist mein Glaube. Das ist simpel und einfach. Herr, mein Glaube ist, dass du glaubst, dass ich fähig bin, das zu tun. Puff. Und nicht, ich glaube, ich glaube, dass ich das tun kann. Ich glaube, dass ich das tun kann. Danke, Jesus. Ich glaube, dass ich das tun kann. Ich glaube, dass ich vertraue, dass ich das tun kann. Nein. ich glaube, dass er daran glaubt, dass ich es tun kann. Aber wir sind jetzt auf einer völlig neuen Ebene von Faith, von Glauben. Stimmt's? Weil jetzt wird es wieder einfach. Jetzt wird es wieder aus der Ruhe. Also, ich meine, schlussendlich ist es simpel und einfach. Wenn er findet, ich kann das machen und er glaubt sogar noch daran, dann kann ich relax. Wo kann ich mich anmelden? Für nächsten Sonntag. Ja, ganz genau. So simpel ist es. Wo kann ich mich anmelden? Du bist nicht gerettet, um herumzusetzen, sondern um zu dienen. Halleluja. Weil die Kraft des Höchsten über uns kommt. Halleluja. Praise the Lord. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Das macht deinen Dienst exzellent. Hey, wir haben heute drei Kernwerte angeschaut. Dienen aus der Ruhe. Weswegen sollen wir dienen? Weil uns Menschen wichtig sind. Menschenliebe ist wichtiger als Eigenliebe. Und Nummer drei. Exzellent. 1. Korinther 16. 1. Korinther 16. Vers 15. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. in der Neues Leben Übersetzung heisst es folgendermassen. Ihr habt die nicht, aber ich lese hier vor. Ihr wisst, dass Stephanas und alle in seinem Haus die Ersten waren, die in Griechenland gläubig wurden. Sie widmen ihr ganzes Leben dem Dienst für die anderen Gläubigen. Wow. Das ist Commitment. Hört mir gut zu. Heute Morgen, das ist keine Dienstpredigt. Alle müssen in die Wir reden über unsere Kernwerte. Und die haben wir hier in der Church. Okay? Sie haben sich ihr Leben lang dem Dienst an anderen Gläubigen gewidmet. Wie können das Menschen tun? Wie ist das möglich? Das habe ich mich schon x-mal gefragt. Wie ist das möglich, dass Menschen das tun können, einfach sich so selbstlos zur Verfügung zu stellen? Und hier wird es exzellent. Okay? Haben wir, ich muss fragen, haben wir die King James? Okay. Lesen wir mal Englisch heute. Englischkurs noch. Ich beseech you, brethren. Es ist dasselbe, okay? You know the house of Stephanos, that it is the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry. Und ich werde gleich übersetzen, was das bedeutet. Haha! Ich weiss nicht, was die geraucht haben, aber die haben was genommen. das Wort addicted ist zu deutsch süchtig. Ha! Diese Leute waren addicted für den Dienst. Sie waren süchtig nach dem Dienst. Sie hatten ein High von the most high. Ja! 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 Sie hatten was, was andere nicht haben. Sie hatten etwas in sich drin, das sie süchtig danach gemacht hat. Addicted to the ministry. Und das sollten wir uns wirklich einmal etwas setzen lassen. Aber man könnte so viel dazu sagen. Sind wir addicted? Ja! Weil wenn wir addicted sind, kommt immer etwas Gutes dabei raus. In the ministry. Nicht im normalen. Was kommt im normalen dabei raus? Wenn man süchtig ist nach etwas. Man sucht ständig dieses High. Man sucht ständig dieses eine, diesen, diesen, wie sagt man, diesen Kick, ganz genau. Diesen Kick. Okay, kicken sie nicht so viel. Diesen Pack. Diesen Kick suchen sie. Und sie finden ihn immer wieder im einen oder im anderen. Der Dienst ist keine Pflicht. Der Dienst ist keine Last. Der Dienst soll dir einen Kick geben. Er soll dir den richtigen Kick geben, so dass du wieder das nächste Mal denselben Kick haben willst. Und der Dienst wenn es uns richtig einfährt ist es immer die Salbung die dir diesen Kick gibt. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Siehst du, ich heute Morgen war ich nicht an der Arbeit, sondern ich stand im Dienst. Und ich kann es kaum erwarten, bis heute Abend ist, weil ich will denselben Kick wieder. Weil ich kam so unvorbereitet unvorbereitet wie selten heute Morgen. Ich sage, wenn das so ist, ich muss dir vertrauen, dass dein Schatten mich übermannt. Dass deine Salbung auf mich kommt. Und das Resultat daraus ist einfach grossartig. Wir haben diese Woche noch darüber, wir haben am Freitag noch darüber gesprochen. Michael und ich hatten noch ein paar Dinge ausgetauscht und darüber haben wir gesprochen. Was gibt uns den Kick? Es ist die Salbung Gottes. Deswegen gibt es nichts Toteres in einer Kirche als ohne Salbung. Aber mit Salbung ist es lebendiger denn je. Und ohne Salbung ist es nur Buchstabe und allgemeine Geschäftsbedingungen. Das Gesetz. Und nicht diese Freiheit. Amen. Und nicht diesen Flow, nicht diesen Fluss. Diesen Fluss zu haben ist, was den Dienst so begeisternd macht. Und ich sage dir eins, weil ich selber es früher gemacht habe, man kann den Flow haben, sei es da hinten in der Technik, man kann den Flow haben mit den Handshakes. Man kann einen Flow haben und das ist das Wunderbare dabei. Man spürt, dass jemand anderer übernimmt. Halleluja. Und das sind wunderbare Erfahrungen, die man machen kann. Diese haben Ewigkeitswert. Diese Erfahrungen. Ist das nicht ein starkes Wort? They have addicted themselves to the ministry. Halleluja. Addicted themselves. Wer die Salbung einmal geschmeckt hat, will mehr. Und er kann nicht genug davon bekommen. Man wird addicted. Amen. Lasst uns aufstehen. Thank you Jesus. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du diese Kernwerte ganz neu in uns legst, ganz frisch in uns legst. Wir danken dir, dass wir durch simple und einfache Schritte aufzeigen können, auf was es drauf ankommt. Denn das Leben mit dir ist nicht kompliziert. Das Leben mit dir ist leicht, light and easy, so wie Jesus gesagt hat. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn mein Joch ist sanft und leicht. Halleluja. Thank you Jesus. Vater, all die Challenges, Herausforderungen, die wir haben, die wir unter der Woche haben, die wir während der Woche haben, die wir haben, dort das, was wir tun, wir wollen dies nicht einfach so übernehmen in die Church oder in die Gemeinde oder in den Dienst, sondern du hast verheissen, dass dein Joch ist sanft und leicht. Und so bete ich und bitte ich für jeden Einzelnen, der in einem Dienst steht, dass es sanft und leicht ist. Halleluja. Dass sein Dienst sanft und leicht wird. Halleluja. Weil die Kraft des Höchsten uns überschatten wird. Weil wir mit Gunst überhäuft sind sind und befähigt sind mit Fähigkeiten, die wir uns gar nie aneignen könnten. Aber es braucht den Schritt aufs Wasser bei Faith, im Glauben. Und dann, Halleluja, kann diese überhäufte Gunst überschwänglich und überströmend aus uns heraus fliessen. Danke, Danke, Herr, dass es leicht und sanft ist, dass es ein Privileg ist und keine Pflicht und keine Last, sondern sanft und leicht, wie du es uns gesagt hast. Halleluja. Denn kein anderes Joch tragen wir. Es ist deins und deins ist so. Danke, Herr, Herr, für diese Woche, die ansteht, für diese kommende Woche. Wir bitten, dass viel Gunst, viel Gnade, überhäufte Gnade auf jeden Einzelnen treffen wird. Halleluja. dass diese Grace überschwänglich in Manifestation kommt, diese Woche. Danke, dass du neue Ideen gibst, dass du Entscheidungen abnimmst, dass du Menschen mit Weisheit erfüllst, diese Woche, dass sie das Richtige sprechen und die richtigen Dinge entscheiden, die richtigen Entscheidungen treffen, aber auch die richtigen Dinge sagen werden. Danke, Herr, dieser Segen ist auf dieser Gemeinde, dieser Segen ist auf jedem Einzelnen. Danke, Herr, dass du mit uns bist und uns niemals versäumst noch verlässt, egal wo wir stehen, auch in dieser kommenden Woche. In Jesu Namen. Amen. Und Amen. Halleluja. Reist dem Herrn. Ich wünsche euch eine super Zeit, eine gute Woche. Heute Abend nochmals 18 Uhr, Grace Night. Alles Gute, bis bald, bis zum nächsten Mal. heute ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020